Halli, hallo, hallole und herzlich willkommen zu Exos Sorgt DayZ Epoch der Modifikation für Amat 2. Und neben uns sitzt die Tanne gerade ein bisschen... Da ist halt. Ah, doch, ist doch da. Wollte schon gerade sagen, mal sehen, ob die Tanne sprechen kann. Und jetzt will ich mal was anderes ausprobieren. Ich bin mal wahnsinns fette Beute. Gucken wir mal. Hallo, schönes Elektroschild. Warum hast du denn jetzt das Elektroschild umgebracht? Weil ich mal gucken wollte, ob das funktioniert. So, diese Stadt heißt jetzt nicht mehr Elektrodingens Kirschen. Die heißt... Balota. Nee, die heißt nicht Balota. Hier ist doch nicht der Airport, ey. Nee, die heißt jetzt Berlin. So, ein weiteres Set. Die heißt jetzt Berlin. So, herzlich willkommen in Berlin. Der Stadt an der Spree, wo kein, 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 kein Airport ist. Aussteigen. Und zwar, warum aussteigen? Weil, da ist gleich so eine Halle und die will ich mal angucken. Die haben Sommerschlussverkauf. So, kurz vorm Ende der Sommeredition darf man mal auch mal an den Sommerschlussverkauf denken. Gucken wir mal, was wir hier drinnen finden. Äh, hier ist nicht viel. Eben mal Bandagen ist da, aber... Na gut, ist Sommerschlussverkauf. Was erwarte ich denn eigentlich im Sommerverschlussverkauf, Luzi, ne? Äh, das sagt doch schon der Name. Sommerschlussverkauf. Da, da, da ist doch nichts mehr drin, ne? So, jetzt gehen wir mal in die obere Etage. Das war mal gerade im Erdgeschoss. Vielleicht gibt es ja hier noch ein paar Angebote mehr. Ich mach mal meine, meine Waffe auf Anschlag. Weil, äh, falls hier jemand auch noch was anderes haben will, der kriegt dann gleich gratis eine Kugel. Und zwar von einem gewissen Mozart. Oh, geil! Ich hab' gefunden Schlüsselmacher-Kids. Wir können wieder mal Schlüssel machen. Ja, das ist gut. Ja, ja, noch mal was Nützliches gefunden. Das heißt... Das ist auch so ein seltenes Lut. Äh, jetzt, jetzt haben wir ihn. Das heißt, wir können dann wieder so eine Whiskyflasche holen und dann uns um die Schlüssellichkeiten, äh, kümmern. So, ich komm' wieder raus. Ich komm' da mal zum Ural. Ural, Ural, Ural. Und dann gucken wir mal weiter, was hier in Berlin los ist, wa? Ja. Genau, dann gucken wir mal, was los ist. Äh, das Einzige, was wir natürlich auf Berlin natürlich nicht finden werden, ist ein Flughafen, wa? Ja, da ist er sowieso, äh, 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 da muss er sowieso erst gebaut haben. Ja, ja. Was meinst du, wird der auch noch irgendwann mal fertig, äh, in diesem Jahrhundert oder erst im nächsten? Äh, ich denk' mal, wenn die, äh, äh, ne, glaub ich nicht. Was glaubst du mir nicht? Oder die, äh, ich, ich, ich glaub, die werden's versuche, aber das wird so, so ein Steuerloch geben, dass das nicht mehr feierlich ist. Ein Steuerloch. Ein Steuerloch ist es ja... Günstlicher ist, das nochmal abzureißen. Äh. Und einfach, äh, mit Bäumen bepflanzen, das kommt denen sogar noch billiger. Weißt du, was ein Arbeitskollege von mir eine Idee hatte? Hm. Der hat gesagt, die sollen das Ding als Truppenübungsgelände nehmen für die Bundeswehr. Nein. Nein. Da können die ja dann so fleißig rumballern und, äh, gucken, was passiert. Ne, und dann sozusagen ungefähr sozusagen den originalen neuen Flughafen da bauen. Und wenn dann zum Beispiel Terroranschläge kommen, sozusagen, auf den neuen richtigen Flughafen da, dann sind sie sozusagen an den Geländen geübt. Warum ist hier kein Loot? Äh, in dem Backsteingebäude ist kein Loot hier. Ja, das kann passieren. Ja, ja, ist aber nicht schön, dass das passiert. Deshalb gehe ich jetzt rüber in das, äh, Schulgebäude. Da, wo junge Geister gebrochen werden und dann für die Arbeitswelt auf die stumpfsinnige Existenz vorbereitet werden, ne? Genau. Ja, das war jetzt ein sehr böser Kommentar. Äh, warst du gerade rausgeflogen, dass bei mir bei Steam angezeigt wird, dass du jetzt Operation Overhead startest? Ja, ist? Ja. Na? Das ist ja komisch dann. Ich schock noch im, äh, schön schick im Moral. Das ist dann aber irritierend. So, ein Zombie weniger. Den habe ich gerade eh wie erledigt. Ich verstehe nur nicht, warum der Anna so, so oft rausfliege tut als Counter-Strike. Äh, vielleicht wird er mal da und abgeschossen und relockt dann, weil er denkt, dass es dann besser läuft oder so. Äh, keine Ahnung. Äh, weil so viel Counter-Strike habe ich ja jetzt auch nicht gespielt. Äh, was ist denn hier? Plywood-Pack, okay, das brauchen wir nicht mitnehmen, das können wir selber bauen nachher. Das Plywood. Das müssen wir da sowieso tonnenweise bauen. Und, oh, ich habe hier was gefunden. Äh, eine Wasserflasche. Ja, ja, wundert. Ja, und einmal Verbandzeug. Ja, Verbandzeug ist richtig. Ja, dann habe ich einen Kompass gefunden. Kompass habe ich noch nicht, den bräuchten wir. Wenn wir nämlich bauen, möchte ich dazu alles schon ein bisschen so ausgerichtet haben nach Feng Shui. Kennst du das? Ausrichten nach Feng Shui? Schon mal was von ihr gehört? Nee. Nee? Pass auf, äh, die Theorie geht dahin, dass man, äh, Möbel, Türen, alles mögliche in der Wohnung nach bestimmten Richtungen ausrichtet. Naja, logischerweise, also in Richtungen wirst du ja immer ausrichten. Und, äh, da musst du natürlich auch die Wasseradern beachten, wegen der, wegen der guten und schlechten Strahlung und so. Das ist ganz irre. Äh, aber nichts für mich. So. Das ist maximal für den Witz für mich, gut, aber, äh, es gibt Leute, die glauben dran und die sind ja, Oh, bist du wahnsinnig? Ich hätte dir beinahe abgeballert. Hier, so, so wie den, ja, ja, so wie den Dentisten da vorne. Ja, ich bewege mich ja, ähm, komplett anders da als du, oder? Äh, ich würde nicht sagen, dass du dich komplett anders bewegst, äh, der hat Verbandszeug drin, ne? Hier ist ein Kuhfuß, den nehm ich auch mal mit. Kuhfuß. Naja, Brechstange. Jetzt hat sie sich übergeben, die Brechstange. Okay, was haben wir hier unten, da ist nochmal Süffelpower, die nehmen wir auch alle. Oben war ich schon, natürlich, ich war schon oben, ob ich oben war, hallo. Ey, was bin ich denn für einer, dass ich hier so rumschleiche und schlömpel oder so? Ich mach hier Qualitätsarbeit abliefern, ne? Hier war ich schon drin. Da war ich schon drin, na gut. Gut, dann lass uns mal in der Ural rennen. Dann darfst du mich gleich weiter kutschieren. Dann sag ich dir mal gleich, wie du zu fahren hast. Das wird nämlich ganz lustig. So, Herr Taxifahrer. Genau. Bitte erstmal ein bisschen geradeaus. Dann gleich nach rechts, hier. Genau. Und dann da vorne anhalten gleich. Und stopp. Stopp. Danke. Ich sagte stopp. Mensch. Er bringt mich ja fast um hier mit seinem Fast-Deal. Äh. So. Gut. Okay. Uuuuuh. Ihr habt es gefunden. Dose mit Bohnen. Was haben wir denn noch? Hier in das Gebäude. Welches Gebäude gehst du rein? Ach, du wohnst mal ja schon. Das war mal schon. Na, machst du Déjà-vu-Playing? Hm? Ne, ich hol mal jetzt die Zombies hier rein. Wo ist die Zombies rein? Das ist schön. So, ich hab mir mal kurz noch was gegessen und getrunken. Ach, du bist am Rumballern, sehe ich gerade. Der Junge, der ballert rum. Der Junge, der ballert rum. Der Junge, der ballert rum. Aber ich weiß nicht, woran das liegt, weil sonst läuft es doch eigentlich flüssig. Ich weiß nicht, wo diese kurzen Hänger herkommen. Und dabei ist es egal, ob ich... Ähm, du kannst nicht da rausschießen. Nicht? Nee, hörst du das nicht? Du schießt die ganze Zeit gegen eine Glasscheibe, die man nicht dort sieht. Hier ballert die ganze Zeit die Muni weg. Oh. Wobei, ich muss... Ich hab das schon nicht gewusst. Wobei, ich muss ja zugeben, mir ist das auch passiert. Aber ich hab nicht so viel Muni weggeballert wie du. Hast du nackige Füße? Nee, Schuhe, die sehen so komisch aus. Oh, hier ist noch ein Zombie. Oh, noch ein Zombie. Und der ballert die armen Zombies kaputt. Oh. Das geht die ganze Zeit so weit. Red Bull. Warte mal, ich muss hier nochmal eine andere... Ja, loote du und ich pass hier vorne auf. Du bist der Richtige Aufpasser dafür. Genau, nochmal eine Dose Koke. Wusstest du, dass damals in der Cola Koks drinne war? Ich war das. Du weißt es? Natürlich war das, ich das. Da war früher wirklich sowas drinne. Deshalb heißt es ja auch Koke, also Cola, Koks, so, ja. Da ist immer noch ein Coca-Blatt-Extrakt drin. Ja, aber ohne Wirkstoff. Also, das ist eigentlich nur so drinne. Ja, natürlich ohne Wirkstoff, aber das Aroma schon ist... Das ist nur drinne, damit man sagen kann... Siehste, mein Schuss hat dir geholfen. Das ist nur drin, damit man sagen kann, so nach dem Motto, ja, wir haben was drinne gemacht. Äh, unsere Cola schmeckt so gut. Ja, stimmt gar nicht. Ich habe mal letztens eine Cola ausprobiert, die kommt aus der ehemaligen DDR. Oh, wie hieß denn die? Die war lecker eigentlich. Äh, die Afrikola. Äh, die Afrikola. Hieß die Afrikola oder hieß die Klub-Cola? Eines von diesen beiden Namens war es im Wesentlichen nicht genau. Äh, die hat geschmeckt, muss ich sagen. Die hat wirklich geschmeckt. Die war angenehm. Ja, ich habe von der Klub-Cola schon vieles gehört, die, äh... Das ist so, wie wenn Afrikola trinkst. Das ist was ganz komplett anderes. So, du darfst in den Ural reinkommen. Da drinne ist Lea. Wir wollen weiter. Und wir haben auch keine Zeit. Äh, das... Wohin? So, einmal bitte wenden. Also 180 Grad wenden oder fährst einfach genau rückwärts. Einfach rückwärts fahren. Kannst du einfach machen. Rückwärts, rückwärts, rückwärts. Weiter, weiter, weiter. Immer weiter, immer fort. Immer weiter, weiter. Noch 80 Meter rückwärts. Weiter, weiter, weiter. Weiter, weiter, weiter. Na, ahnst du schon, wo ich hin will? Wohin. Genau, hier in das Krankenhausgebäude. Und da springe ich mal ab. Nein. Doch, habe ich gemacht. Was sagst du, nein, wenn ich abgesprungen bin? Das ist ja... Du verwirrst die Leute. Die sagen dann, hä, der ist doch abgesprungen. Warum sagt der nein? Der ist doch abgesprungen. Natürlich ist der ja abgesprungen. Ich weiß doch, was ich mache. So, was haben wir hier drinne? Oh Gott, hier geht ja gleich weiter mit dem Loot. Äh, Schmerzmittel. Wollen wir Schmerzmittel mitnehmen? Nö. Da ist auch nichts. Irgendwo höre ich jetzt Zombies. entsorgst du die gerade oder machen die Hände so Geräusche? Ah, du machst du Geräusche. Gut, okay. Einmal Antibiotika, eine Blutkonserve, nehmen wir mit. Ach, wir nehmen doch mal einmal Schmerzmittel mit. Man weiß nie, wann man das doch mal braucht. Und wenn man das mal braucht und nicht hat, dann ärgert man sich. Kennst du das? Dann sagt man, ach, hätte ich mal mitgenommen. Ja, also wir haben jetzt einmal eine Blutkonserve, falls man doch mal braucht. Wir haben Schmerzmittel, wenn man braucht. Und solche schönen Sachen. Gut, hier ist dann noch mal eine dekorative Zimmerpflanze gewesen. Die natürlich nett ist. Oh, wir haben noch mal was. Was haben wir denn da? Noch mal eine Blutkonserve. Jetzt haben wir zwei. Dann haben wir noch mal Morphium. Der sogenannte Fium von Morph. Morphuis. Den gab es auch bei der Matrix, den Morphuis. Sagt dir der was? Mhm. Ah, das war ja dieser... Joa, dieser Typ halt. Dessen Hautfarbe man ja nicht nennen darf, weil... Weil... Das ist so in Deutschland. Das ist ja alles nicht so PC. Dabei hat er die Hautfarbe. Das ist einfach so natürlich. Aber... Man hat so gewisse Probleme, die Dinge zu benennen. Ja. Oh. Oh. Was ist denn das? Ach, das ist nichts. Das ist vom Blitzableiter oder so. Ja. Und? Bei dir der Sturm jetzt ein bisschen beruhigt oder ist der jetzt noch schlimmer? Ne. Hat komplett aufgehört. Hat komplett aufgehört. War so. Wenn gar nichts gewesen wäre. Das war sozusagen ein kurzes Intermezzo, ja? Ja. Ach. Ach, da unten bist du jetzt mit dem Ural hingefahren. Ähm. Ich glaube, ich nehme die Abkürzung über die Leit her. Und komme dir sozusagen jetzt mal da runter. Okay. Ehe mal hier runter. Schubidubidu. Dann geht es erst mal hier runter. Da unten. Ah. Irgendwie höre ich hier Geräusche. Irgendwas wird hier abgeballert. Ach, du ballast da rum. Ähm. Jo. Ja, ich guck, dass hier alles sicher ist. Das finde ich sehr angenehm von dir, muss ich sagen. Ich habe hier richtig gemütlich gerade. Aber ein Zombie mag mich eher. Mhm. Mhm. Den konntest du nicht ablenken. Nö, dann konntest du nicht ablenken. Nö, aber ich bin im Ural gleich drin, ne? So. So, jetzt darfst du den Ural bitte um 180 Grad wenden. Diese Wendegeschichten hören nie auf, ja? Also 180 Grad wenden. Und wenn du dann sozusagen die Straße weiterfährst, kommst du sozusagen zum, ähm, zu der Feuerstation, genau. Und das ist das nächste Gebäude, was wir kicken. Siehst du das schon, da vorne? Ja? Also ist die Feier. Halt! Stop, 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 stop. Äh. Ich guck mir das christliche Gebäude an. Halt! Was machst du da? Wie weit fährst du zurück? Bleib doch stehen! Nöin! Oder würde ich gleich 150 Zombies an der Bocke hängen? Das ist mir egal! Das ist DZ! Die hören dazu! Mensch, die armen Zombies, die haben ja doch nichts getan! Also, aussteigen! Du kannst ja sozusagen noch weiter so komisch amok fahren, wenn ich in der Kirsche drinne bin, ne? Sooo... Kicken wir mal hier in der Kirsche... Genau! Hier haben wir erstmal eine alkoholisierte Flasche! Die müssen wir ja auch sammeln, damit wir wieder so einen Schlüssel bauen können! Also, einmal eine Witzki-Flasche, haben wir! Und dann will ich den Leuten ein bisschen Kunst nahe bringen, genau! Kennst du dich mit Kunst aus? Nö, nicht so! Gut, also! Dann kannst du mal da zuhören! Das ist nämlich jetzt ganz toll! So, das hier! Ja! Das da! Das sind sogenannte Ikonen! Die werden in der russisch-orthodoxen... Heißt das russisch-orthodoxisch? Genau! Ja! Russisch in den orthodoxen Kirsche immer verwendet! Da sieht man die! Manche davon sehen aus, finde ich, so... Da gibt es eh ein Motiv, das habe ich auf Arbeit auch, weil ich damit auch arbeiten muss, weil wir ja auch einige Klienten haben! Ähm... Die sehen so aus, wie in den Anzügen oder so! Ein bisschen von der Kopfstellung, als ob die von anderen Planeten kommen! Ja? Dann zeige ich euch mal auch die hier! Ich bin orthodox! Ja! Hier zum Beispiel zu homosexuellen Liebe in der Kirsche! Hier sind zwei, ähm, sozusagen Ikonen, die sich da so um die Arme kuscheln! Ja! Könnt ihr euch mal Gedanken drüber machen! Ah! Kicken wir hier mal weiter! Ja! Ja! Da! Die beiden da! Du bist orthodox? Ja! Ja! Halt auf, orthodox! Ja, dann kannst du uns hier mal was über die Ikonen erzählen! Du bist doch da ein Profi! Nein! Ich hab mir da nichts am Hut! Du bist da nichts am Hut! Ich bin ja nur sozusagen am Raten hier, was das alles so bedeutet! Ich bin ja... Ich bin ja... Ich bin ja unwässrig, wa? Ich muss ja... Hier, zum Beispiel dieser Stuhl hier, den man da sieht, das sieht so raumschiffsmäßig aus, so! Ja! Ja! Guckt euch das mal an! Diese Rundung und so weiter, das finde ich teilweise interessant! Das Religionsthema müssen wir jetzt nicht vor laufender Drehkamera vertiefen! Nicht vertiefen! Ist das ein unangenehmes Thema! Äh... Ja, weil sonst könnten wir Sachen rausrutschen, wo manche Leute sage ich mal auf jeden Fall... Äh... 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 Hat sich bei mir noch nicht wirklich vorgestellt! Das Problem ist immer der Fanklub, ne? Nur der Fanklub ist eigentlich immer der Problem! Und dann auch nicht der allgemeine Fanklub! Es gibt, äh... Einige Fans, die nehmen das sehr locker... Und harmlos! Schlimm wird das immer, wenn das dann immer so die Hardcore-Fans gibt, ne? Ich vergleiche das auch so manchmal ein bisschen mit Fußball! Es gibt immer die Leute, äh... Die... Die hoffen und beten dann, dass der Fußballverein endlich mal aus der dritten Liga mal wieder aufsteigt! Weil er ja so weit abgesunken ist! Und dann gibt es... Halt, da liegt auch noch was auf dem Boden! Äh... 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 Und dann gibt es Leute, die nennen sich Hooligans und gehen nur zum Fußballspiel, weil sie sich die Hacke vollhauen! Und dann finde ich jetzt den Luzi nicht! Ach, da ist er! Äh... Folgt mir mal bis zu Fire Station! Ich laufe mal bis dorthin! Genau, ich höre das schon hinter mir fahren! War es denn da Fire Station drinnen? Nein! Ich habe nicht gewartet! Warum ist denn dann die Tür hier offen? Die wird doch eigentlich normalerweise bei jedem Server-Reset geschlossen! Da war doch hier jemand drinnen! Nein! War keiner! Weil der Zombie macht ja auch die Tür auf! Äh... Die machen die Tür auf? Ja! Stimmt, die machen die Tür auf! Ja! Die machen die Tür auf! Ja! Ja! Also wie gesagt, also mit den normalen Kirschenleuten habe ich null Probleme! Das sind immer sozusagen die Hooligans unter den Kirschenleuten! Aha! Und da ist es eigentlich auch egal welche Glaubensrichtung! Das ist völlig egal! Das... Jede Glaubensrichtung kann in Liebe und Toleranz praktiziert werden! Oh! So! Aber sobald das dann halt die Hooligans und... Oh! GPS! Sobald die Hooligans unterwegs sind, sind die Hooligans unterwegs! Und dann ist das egal welche Glaubensrichtung! Das wird dann immer unangenehm! Okay! Ich habe jetzt die Tür auch ohne geschlossen! So! Ja! So! Theoretisch haben wir das Thema jetzt dann auch durch! Da oben ist alles fertig! Okay! Wo bin ich vorne? Ja! Ich sehe so! Äh... Äh... Ich habe mal Kreuzfeuer gemacht! Hast du jetzt gesehen! Du hast mal an der einen Seite geballert und die Ecke von der anderen! So! Gehen wir mal raus und fahren mal weiter, oder? Ja! Warte mal! Ich will mal gucken, ob die hier was haben für mich, die Zombies! Sieht doch mal nichts so aus! Geben die Regale noch was her! Äh... Du schießt die ganze Zeit mit normaler Mut rum, wa? Also nicht mit Schalldämpfer! Doch! Doch! Ja! So! Pass auf! Jetzt wird's lustig! Mit der Fahrt! Jetzt fährst du sozusagen weiter geradeaus! Und da vorne ist die Halle! Siehst du die? Welche Halle? Na die Halle da vorne! Jetzt rechts von uns! Äh... Links meine ich! Ach! Jetzt bring ich unten! Ja, ja! Die da! Die große da! Ja! Okay! Dann fahren wir mal da drauf, oder? So! Können wir machen! Dose trinken! Mach aber bitte keinen Axtbruch! Ja! Hahaha! Und anhalten! Genau! Stopp! Mensch! Der fährt hier mal weiter! Halt! Bleibt mir verstehen! Mensch! Der hat nen Fahrstil, der Junge! Hä? Was ist denn das für'n Scheiße? Da immer rum! Ja! Äh! Was war denn das?! Ja, das war der Haupteigang! Ja! Hihihihihi! Oh Gott! So! Äh! Nee! 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 Gibt's nicht! Nee! Ist nicht! Das war ein Satz mit, äh, X! Das war aber nichts! Okay! Lass uns mal zum Moral zurück! Glaub mir, das war, das war nur für Stammgäste! Ja! Jetzt pass mal auf! Jetzt pass mal auf! Jetzt, jetzt erinnere ich mich gerade daran, dass wir hier schon mal vorbeigefahren sind und du wolltest in exakt das Gebäude auch reingehen! Und dann hattest du einmal rumgegangen und hast gesagt, ich finde den Eingang nicht! Oder irgendwie so ähnlich! Ja! Und, äh, äh, dann hast du gesagt, das ist ja gar nicht begeben! Hihihihi! Okay! Jut! Pass auf! Pack mal das Thema ab und er fällt! Jaja! Ich glaub, der kommt öfters noch bei uns vor! Jut! Ist er drinne! Ja! 180 Grad drehen! Schubidubidu! Schön vorsichtig! Denk an die Achsen! Äh, nicht so schnell fahren! Nicht so schnell fahren! Schön genüsslich! So! Jetzt rechts! Das ist da, wo der Daumen links ist! Kennst du ja! Ja! Wieder ein bisschen nach links! Weiter links! Links, 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 links! So! Jetzt auf das Straßenteil, dann nach rechts! Oh Mann! Ist ja cool mal nicht selber zu fahren! Einfach nur mit Kommandos zu gehen! Und dann gleich anhalten! Stop! Genau! Ja! Und jetzt hier direkt X in die Hallen! Du kannst ja kleine Mini-Gebäude nehmen, wenn du willst! Muss da aber nicht! So! Was haben wir hier? Erstmal nischt! Doch! Da vorne liegt was! Ich glaube, ich nehme gleich mal eine neue Waffe im Ansatz! Deine neue Waffe im Ansatz! Äh... Wie viele Ballereien habe ich noch? Ein bisschen Muni habe ich noch! Äh... Weiter! Äh... So hier ist es nicht! Äh... Wobei die streiten sich ja, ob das Bernsteinzimmer überhaupt noch existiert! Wie denkst du denn über ein Bernsteinzimmer? Hm... Hm... Gibt es das noch? Oder... Oder gibt es das mittlerweile überhaupt nicht? Kann sein! Ist das der Epic-Fail des Jahrhunderts? So nach dem Motto, es hat es eigentlich nie gegeben! Hahaha! Übrigens, apropos, hat es nicht gegeben! Äh... Mir ist der Wert der Herr eingefallen mit der schwebenden Dose und den Aliens! Was? Wo ballerst du hier? Ach du Scheiße! Ach da bist du! Warte, Meg, helf dir! Oh, fuck! Oh Gott! Warte mal, ich mach das anders! Ich komm mal mit dem Wagen! Wagen rin! Kollege bei Eldisch! Ja, 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 ja! So, hast du ihn bei dir noch drinnen, oder...? Ist bei dir clear! Oha! Moment, ich muss mich verbinden! Ja, ja! Warte mal, ich fahr mal rückwärts! Dann krieg ich die noch hier ran! Sooo! Genau! Wenn ihr mir den Luzi hier anknabbern wollt, dann habt ihr nicht mit mir gerechnet! So einfach ist das! So! Zombies sind fachgerecht entsorgt! Kommen sie mal wieder rin her! Luzi von der Fähre! Luzi Fähre! Ja! Das war jetzt aber hier ganz schön knapp hier! Ah, du hast Pumpe bekommen, wa? Ja! Schon ein bisschen Pumpe bekommen, schon schon! Auch das gehört zu dem Spiel! Ja! Ein bisschen mal, ein bisschen Adrenaline durch die Adern laufen lassen! So! Jetzt essen wir auf den Schock was essen und was trinken! Auf den Schock was essen und trinken, ja! Das Gebäude da vorne mal Bowerings! Und dann geht das eh mal hier lang! Kennste den Hückel hier noch? Hier vorne hier diesen? Ja! Ja! Kennste! Ja! So! Hier ist nochmal eine Lagerhalle! Da will ich mal rein! Aussteigen! Ach! In die! Ja! 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 So! Was haben wir da vorne? Ein Z-Wie Zombie! Na komm her! Ganz erstaunlich wie viel Moon so ein Zombie frisst hier! Äh! Das ist schon arg! So! Jetzt hat es ihn gerissen! So! Einmal reloadable! Äh! Gut Zombie! Gut will ich nicht! Mal gucken was er hier durch! Oh! Da ist was zum Essen drin! Einmal Kenne Frankenbeatz! Dann! 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 da habe ich besser auf den Kopf gezielt. Ah. Gut, langsam doch aus mir ein Shooter, so auf den Kopf zielen und so weiter. Jetzt muss ich dann, jetzt muss ich das Ganze noch in guter Bewegung hinbekommen, weil die meisten Shooter, die bewegen sich ja nicht so langsam wie die Zombies hier. Übrigens, du hast gerade eine Nachricht bekommen. Hab ich ein bisschen gehört? Was verwendest du denn da? WhatsApp oder was anderes? Äh, WhatsApp. WhatsApp. Juh, du bist auf dem Beifahrersitz. Okay, dann muss ich eh mal hier rumrennen. Kurz mal was verstauen. Mal den Jerrycan weg, die Dose mit Futter weg und schon geht es wieder weiter. Das Verkehrsschild wollte ich eigentlich nicht mitnehmen, aber ist nun mal passiert. So, dann geht es wieder Motor aus und äh, aus und nicht rücksetzt. Ah, aussteigen. Ey, was ist denn jetzt los? Nicht ausrüsten. Aussteigen. Na geht doch. Oh. Oh. Warte, oh. Hier ist noch mal eine alkoholisierte Flasche. Nehmen wir noch mal mit. Äh, Whisky. Ich weiß nicht, wie viel wir brauchten, um den Schlüssel zu kopieren, aber ich nehme mal so fünf, sechs Stück mit. Ich glaube, dann sind wir auf der richtigen Seite. Ich glaube, sechste war nicht oder so. Keine Ahnung. Ähm. Wir hatten, glaube ich, mehrere gehabt, wa? Kann das sein? Na, das ist mehr. Schlüssel. Also, dieses Metall. Übrigens, ich habe rausgefunden, wo der Fehler gewesen war. Dass der Ural abgeschlossen war und ich keinen Schlüssel hatte. Ich hatte einmal einmal einen Schlüssel drin gemacht, damit du den rausholen kannst. So, das hast du ja dann auch hier gemacht. Und dann habe ich, äh, abgeschlossen. Ne, dann wieder aufgeschlossen. Genau. Dann habe ich meinen Schlüssel drin gepackt, weil ich irgendwas anderes ablegen wollte. Und dann hast du abgeschlossen, weil ich gesagt habe, probiere mal aus, ob du abschließen kannst. Und dann hast du das natürlich auch ganz brav gemacht, ganz anständig, wie man, äh, wie beim Deutschen halt so ist. Den sagt man was und der macht ja auch was. Und, äh, ja. Und dann sind wir auf Lock gegangen. Ja? Mhm. Und dementsprechend hatte ich natürlich dann auch keinen Schlüssel und, äh, kam natürlich auch nicht an den Ural ran, ja? Das ist natürlich dann unter der Kategorie, äh, doof und gelaufen, ja? Aber ist irgendwie lustig, wenn man mal darüber nachdenkt. Ja? So, dann jetzt mal wieder aussteigen. So. Was ist, was, was atmest du so schwer? Was ist denn los? Was denn los? Aber ich jetzt gerade wieder Besuch kriege. Du kriegst gleich wieder Besuch. Äh, wieder der, wo vorhin da war? Oder, äh, ne, 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 ne. Ein anderer. Wow. Ja, ach, ja. Äh, ich, ich sehe gerade, was denn? Ich muss mir schon gerade hier mal kurz fit machen und ein bisschen, ja, kurz ein bisschen hier alles fit machen. Ja. Ich sehe nämlich sowieso, dass die Aufnahme dicht ist. Wir haben 30 Minuten wieder fett, ja? Deshalb sage ich einfach mal so, nutzen wir die Gelegenheit, wünsche ich euch allen da draußen, die ihr zuschaut, äh, einen schönen Tag. Genießt ihn, macht auch RL-Technik wieder was. Ich hoffe, dass bei euch das Wetter besser ist, als hier gerade im Spiel. Ja, und dann sehen wir uns, äh, wenn ihr wollt. Ja, nächste Folge wieder. Und hinterlasst ruhig mal einen Post, so wie es euch gefallen hat oder was euch nicht gefallen hat. Seid da ruhig ehrlich, aber schreibt auch bitte genau hin, was. Ja, weil sonst, äh, kann ich mich halt nicht verbessern und der Luzi kann sich auch nicht verbessern, wenn wir nicht wissen, äh, was hat den Leuten nicht gefallen, äh, oder was hat den Leuten gefallen? Was können wir denn noch besser machen? Äh, und deshalb wäre immer ganz gut, äh, dass man das aufschreibt. War, Luzi? Wie denkst du darüber? Verstehe ich. Genau, so machen wir das. Also, deshalb in dem Sinne, bye bye, Schirio und ciao, ciao. Ciao, ciao.